Ich habe mir für die Jura Bike Message 2020 extrem viel vorgenommen. Ich wollte sehr viel verbessern, Kamerafahrten, professionelle Vorstellungen der Motorräder, auf dem Motorrad sitzend moderieren, aber genau das, was ihr jetzt seht, ist mir grundsätzlich passiert und deswegen musste ich das Videoleiter etwas anders gestalten. Peace, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal, heute auf der Jura Bike Messe 2020. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.